Der Abstecher zum Kuchenverkauf gehört bei den Heimspielen von Grün-Weiß Mannheim einfach mit dazu. Schon am frühen Morgen stehen die ehrenamtlichen Kuchendamen in der Küche, richten den Kuchen, belegen herzhafte Laugenstangen und bereiten alles für ihren mittlerweile berühmt-berüchtigten Eiskaffee vor. Da kann selbst Teamchef Gerald Marzenell nicht widerstehen. Ich liebe das ganz besonders. Ich komme jeden Morgen als erstes, wenn ich hierher gehe, gehe ich erst einen Kaffee und einen Kuchen, dann trinke ich meinen Kaffee und erst ein Stück Kuchen. Und dann geht bei mir erst der Tag los. Ja, weil es einfach nett ist. Das ist herzlich. Wir kennen uns mittlerweile alle so gut. Ich glaube, ich bin für die Damen fast so, naja, Zieson. Vor 30 Jahren ging es los. Damals war alles noch etwas anders. Wir haben damals angefangen mit einer Holzbude sozusagen, so wie eine Bude vorstellbar ist auf der Messe sozusagen. Und die Damen haben damals selbst den Kuchen gebacken und auch hier verkauft. Das ist mittlerweile zwar nicht mehr so, am Personal hat sich allerdings trotzdem kaum etwas geändert. Auch die Organisatorin Raimond Granato ist nach wie vor dabei. Im Sommer 87 haben wir angefangen. Und die haben alles mitgebracht mit Regen und Kälte. Manchmal ging es sogar bis 21 Uhr. Das kommt heute zum Glück nicht mehr vor. Bedenkt man, wie früh der Tag für die Damen beginnt, ist das auch gut so. Ich komme um 8 oder Viertel vor 8, dann ist das wunderbar, wenn die Anlage so langsam aufwacht. Überall ist da ein Gewusel, da ein Gewusel und das macht einfach viel Spaß. Und dann kommen trudeln langsam die anderen Damen rein und dann geht es richtig zur Sache. Dann läuft die Maschine auf Hochtouren. Doch die Damen sind aus all den gemeinsamen Jahren bestens eingespielt. Das Verkaufsmodell steht und fällt mit der Herzlichkeit und allem voran mit der sympathischen Art von Chefin Granato. Das macht einen sehr, sehr netten, charmanten Eindruck. Und ich glaube, da braucht man auch keine große Verkaufsstrategie. Da geht der Kuchen weg. Das ginge auch zum Saisonabschluss am Sonntag. Und während die Spieler auf die Vizemeisterschaft anstoßen, gönnen sich auch die Kuchendamen ein Gläschen.